Stehen. Ja doch, die ist toll. Achso, jetzt können wir eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Da kommen wir nicht rein. Weil wir ja Ketzer sind. Das ist der Ausgang. Wir speichern. Hier drinnen dürfen wir wahrscheinlich nichts mehr machen, weil wir alles abgeschottet haben, weil wir Ketzer sind. Richtig, richtig. Also Arouse. Oder sollen wir jetzt schon leveln? Und was ist denn die Schwarz-Sphäre? Das ist Absicht, oder? Ach nee, ist doch Tempel. Mann. Okay. Nichts tun. Guck mal, wir haben da diese zwei Sphäroiden. Da ist nichts. Das ist zurücksetzen. Da haben wir das Ding. Die beiden Sphäroiden müssen wir da reinsetzen. Aber wir kommen. an den einen nicht ran. Das heißt, wir können nur eine Sache machen. Ah. Ja, ich weiß. Den tun wir da rein. So, jetzt ist es die Frage. Ne, wir können den nicht holen, ne? Müssen wir vielleicht. Das ist ja noch ein Sphäroid. Das ist ja noch ein Sphäroid. Den habe ich jetzt erst gesehen. Dann kannst du ihn bitte da reinpacken. Geht nicht. Dann müssen wir den da reinmachen. Jetzt können wir das Ding noch da schieben. Nein, der fällt wieder runter. Also nochmal zurücksetzen. Was passiert mir bei diesen Sphäroiden? Mal da reinstecken. Das ist gut. Das müssen wir am Stück auf Schluss machen. So, jetzt müssen wir den dann da lang schieben. Hallo. Könntest du den bitte nach da schieben? Fällt er auch runter. Ich will ihn jetzt vielleicht jetzt noch da schieben. Das könnte gehen. Da irgendwie was. Das wird auf... Ne, der fällt immer runter. Hm. Da lang geht nicht. Da lang geht nicht. Ähm. Hm. Hm. Ist hier noch irgendwas. Können wir da jetzt das Pferoid reinpacken? Nein. Da können wir einen reinpacken. Da haben wir einen. Aha. So, jetzt haben wir da was. Können wir das irgendwie drücken? Ah, okay. Ach, klar, natürlich. Ich verstehe. Natürlich. Dann kommt nämlich... Nein. Nein. Dann kommt nämlich wieder der... ... Hm. Ja. Ich verstehe. Und dann... Alles klar. Wir kommen nach unten. Wir schnappen uns den Eisphäroiden trotzdem. Ja. Das machen wir auf jeden Fall hier nochmal. Später, bin ich mir sicher. So, und jetzt, wo war das? Da. Aha. Dann gehe ich mal nach oben nochmal. Schnappe mir den Eisphäroiden, wenn ich ihn kriege. Hier oben brauchen wir den nicht mehr. Oder? Doch, den brauchen wir. Ja, aber lass mich raten. Dann können wir den da vielleicht doch noch weg. Ne, wir gehen erstmal runter. Und gucken, was wir mit dem grünen Sphäroiden machen können. Da rein. Der macht nichts. Ne, dann nehmen wir ihn wieder raus. Machen wir ihn vielleicht da rein? Der macht da auch nichts. Dann weiß ich, was wir tun müssen. Ja, ich glaube auch. Den anderen Reisphäroiden mitnehmen nach unten. Ich bin drauf gekommen, bevor du es geschrieben hast. Wollte ich nochmal gesagt haben. War mir sicher, ich muss hinterlassen, weil wir nicht mehr hochkommen. Aber... Wenn die Steuerung hier noch ein bisschen exakter wäre, ne? So, wir versuchen es mal damit. Passiert nichts. Da rein. Da passiert was. Ah, das ist gut. Das bleibt. Das bringt uns aber auch nichts. Was haben wir hier noch? Da können wir nichts machen. Was passiert, wenn wir den Sphäroiden jetzt verschieben? Geht nicht. So, das heißt, er darf jetzt noch nicht da rein. Das kommt erst später. Ja, ich weiß. Da muss er ganz am Schluss hin. Ich weiß. So. Da passiert aber nichts. Da oben ist noch einer. Kommen wir da hin? Wenn jetzt während der Zeit nicht die ganze Zeit noch versuchen würde, der... ... ist nichts. Wie wirst denn da drauf kommen? Können wir den vielleicht sonst wohin verschieben? Ah, das geht. Ah. Da ist was. Das heißt, wir schnappen uns den Grünen. Packen ihn mal nur da rein. Ob das was nützt? Ja, finde ich auch. Sehr kompliziert. Hallo. Sag nicht, das geht nicht. Ah, da muss ich ihn zurücksetzen. Äh, fuck. Ne, sag nicht, dass ich jetzt wieder... Äh... Na gut, den kann ich hier schon mal da reinsetzen. So, ja. Dann schnappen wir uns den da aus. Das geht auch so. Na, so. Ja. 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 Hey. Oh, Katzies. Komm, hör drauf. So, heute haben wir wenigstens keinen Zeitdruck, weil ich hab morgen frei. Ich muss zwar ein bisschen früher raus, aber nicht arbeiten. Ne, Quatsch. Was will ich denn? Ich... Ja, nein. Das wollte ich doch gar nicht. Das war grad, weil ich was anderes erzählen wollte. Okay. So. Danke. Ja, ja, ja. So, der ist jetzt aufgeladen und jetzt können wir den da runter schicken. Alter Schwede. Und die werden immer komplizierter. Jetzt passiert hier was. Jetzt passiert hier was. Nein. Es passiert aber nichts. Warum passiert da nichts? Nee, nicht schon wieder. Naja, komm. So. Du bist doch. Du bist doch. Okay. Okay. Hmmmm. Hem. Egal, ich mach den Kurs mal weiter da rein. Den nehmen wir mit. Nein, nein, nein. Wenn das nicht so lahmarschig wäre alles. Das ist gut, dass du das sagst. So, jetzt keinen Fehler machen. Ja, geh hinterher. Wir packen den eisphärolieden Darkos mal rein. Schnappen den. Packen den zum Beispiel da rein. Natürlich nicht. So. Und weißt du, der macht dann einfach nichts, ne? Das ist echt gemein. Wie soll man da drauf kommen? Jetzt geht's plötzlich. Okay. Ich brauche den dritten. Wie kriegen wir den dritten? Ist da sonst noch was passiert? Wir kommen nämlich nicht runter. Den könnten wir holen und irgendwo rein machen. Aber wir brauchen ja den anderen noch. Wie kommen wir jetzt weiter? Wenn ich mich jetzt nochmal zurücksetze, dann ist ja hier oben die, ne? Echt? Ich bin mir sicher, dass dann... Das Tü... Ich sehe, 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 sehe das nicht. Aber ich glaube, die Eisdecke ist jetzt weg. Aber das wollte ich nicht. Ne, die Eisdecke sind wieder weg. Das ist es gar nicht. Wir brauchen den dritten. Ach so, genau. Wir müssen nach oben gehen und gucken, ob da noch eine da ist. Wenn noch eine da ist, ist das kein Problem. Dann können wir es sofort... Ja, das war zu weit. Ist da jetzt schon eine? Ah, die eine bleibt. Oder? Ne, da bleibt keine. Ne, eben nicht. Ne, das ist nicht die Lösung. Die war eins zu kurz. Ah, warte mal. Aber da ist wie viel drin? Also, der muss auf jeden Fall runter. Was haben wir denn jetzt hier unten für Dinger? Den können wir jetzt auf jeden Fall rausnehmen. Aber hier haben wir nur noch den grünen. Wir müssen das machen. Äh, vielleicht müssen wir mal was anderes machen. Warte mal. Was passiert, wenn wir hier reingehen? Passiert da irgendwas? Irgendwas? Ich gehe mal jetzt hoch. Gucken. Ist da... Ne, da passiert nichts. Da ist jetzt schon nichts mehr passiert. Moment, warte mal. Ich habe eine Idee. Wenn wir den rausnehmen... Geht der weg? Frage ist... Wollen wir den mal kurz da rein? Nur zum Zwischenlagern. Und gucken mal, ob der Grüne vielleicht... Kurz mal für mich Platz heute machen kann. Das ist egal. Das ist egal. Geht weg. Oh, ist das übel. Ich will nur mal gucken, ob der vielleicht hier schon irgendwo...